Ist nur freundlich und auch verständnisvoll und auch wenn es wehtut, das heißt nicht wehtut, sondern empfindliches Zahnfleisch, wenn nach ein paar Tagen dann gearbeitet wird bei der zweiten Behandlung, dann wird man empfindlich. Dann hat der Arzt Verständnis und sobald es wehtut, wird geholfen, dass man keinen Schmerz hat und es ist einfach eine Liebenswürdigkeit und ein perfektes Kontrolle und liebevolles Umgehen mit dem Patienten. Das ist wichtig. Man wird am Flughafen abgeholt, man wird bemüht ins Hotel gefahren, man kriegt den Termin schon oft am selben Tag, dann kommt der Fahrer wieder. Es ist ein Aufgehobensein und das alles liebenswürdig und aufmerksam. Was noch? Super! Für Perfektion, für super hygienisch, antiseptisch und für super tollen Mitarbeitern und Ärzte vor allen Dingen auch.